Was sollen wir machen? Wir schaffen ihn hier raus. Wir helfen ihm zu entkommen. Entkommen? Wirklich? Wir werden alle fliegen. Bitte, bitte. Du musst ihn schon wieder mit deinem Floor legen. Sei nicht böse, aber die funktionieren nie. Warum sollte es diesmal klappen? Diesmal haben wir ihn. Mich? Siehst du den Filter? Ja. Du bist der Einzige, der in das Teil rein und wieder rauskommt. Okay. Jetzt muss ich da ein Steinchen reinbringen, richtig? So war es jedenfalls im Film. Wenn es jetzt hier genauso ist... Bist du bereit, Heihäppchen? Ich versuche. Okay, Heihäppchen. Jetzt zu... Ja, Heihäppchen sind da. Nein, wir sind in den Kolamen. Nein, wir sind in den Kolamen. Das ist alles so weit. Wirf sie in den Trichter.